Hallo Leute, herzlich willkommen auf BIPA, ich bin Vika. Ja, in jedem Fall wieder ganz besömmere Video. Ich war wieder und ich bin wirklich heute wieder. Wir befinden uns heute mal im Pool Baden-Württemberg. Im Rheinmetall-Kreis. Wir werden ja heute geärgert werden. Und wir haben im Gezember, im Winter, denn es ist Kälter geworden. Und heute will ich euch mal ein passendes Video zeigen. Wurde euch die Aufrüstungszeige. Weil der BMW hat neue Aufrüstungszeige bekommen. Sinnweise für die Scheiben. Und die würde ich euch mal vorstellen, würde ich mal sagen, wir nehmen was direkt los. So sieht das Ganze mal aus. Mein Kollege ist auch schon hier. Einmal auf die Ferrezeige. Dann einmal auf die Ferrezeige. Dann gehen wir mal auf die andere Seite. So sieht man die andere Seite raus. Ich finde das sieht mega cool aus, Leute. Allein wenn ich zurückgehe, sieht das mega cool aus, Leute. Allein der mir geringer kommt, sodass der Himmel so gelb-blau ist. Und weit ist, finde ich mega cool. Allein wenn ich hier leuchte, sieht das sehr cool aus. So. Ich erzähle euch mal ein bisschen mehr dazu. Also wir haben... Ich glaube, Ebay war das, glaube ich. Beide ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich gehe damit unter Lagen, gehe ja unter Schreiben heute. Also wir haben auf Ebay... Also wir nehmen jetzt mal Ebay, okay? Wir nehmen mal Ebay. Wir haben auch Ebay geguckt, ob wir so Dinger finden. Der egal für egal, damit du beim Fahren mit dem Regen abbekommst. Ja. Ich würde mal sagen, wir lauen mal zurück. Und zeig euch mal, der egal für egal. Ich hoffe, ich finde es richtig. Wenn du den Fenster einfach so auf hast, und der Regen kommt da rein. Oben das Ding, kriegst du den Regen ab, Leute. Ja. Und wenn das Ding dran ist, Leute, dann kriegst du den Regen mit ab, Leute. Das heißt, egal wo du hinfährst, egal ob Autobahn, egal ob Landstraße, oder in der Ork, kriegst du den Regen mit ab, Leute. Und der Urgang, Leute, ist, weil wir gleich werden damit schnappen, Leute. Es stimmt nicht nur bei Regen, sondern auch vor Schnee, Leute. Das heißt, wenn man richtig schneidet sollte, hier in der Gegend, dann kriegst du den Schnee ab, Leute. Und der Böcke, der haben Leute, ist, wo friert auch nicht so arg, Leute. Ja. Geht dann quasi eine Heizung, so quasi, so sagen. Und deswegen, finde ich, mega cool. Ich glaub, mein Kollege, super begeistert, ich glaub, insgesamt, hat er um 35 Euro gekostet, so mit Verzangen, Steuern mit mir bezahlen, und Blut muss, die Dinger muss haben. Aber ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, ist auch voll egal, Leute. Ich glaub, egal, die Hausache, wir werden mit Nachtleuten. Ja. So, was wir auch überlegt haben, auch Trömung, aber da werden wir ein extra Video machen, und euch genau erklären, wo ich sie dir gerne heranbringe, und auch bestelle. Aber ich finde, das ist mega cool, Leute. Ihr könnt euch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so findet, was euer Malmkassel ist. Wenn ihr mal weitere Fragen habt, Vorschläge habt, könnt ihr mal gerne oben im Video in die Kommentare schreiben. Also, ich finde, mega cool, Leute. Habt ihr gar nicht die Gutsche dafür, unser Auto zu geben. Und, jetzt erzähl ich euch mal die Geschichten von dem Teil. Also, wir hatten früher WK15, WK16 oder WK17 war ich, glaube ich, 15 oder 14 war ich da, oder 13. Muss ich gut überlegen, ich glaube, 13 war ich da, glaube ich. Da bin ich mit meiner Mutter in die Schule gegangen, und da haben wir ein ältere Auto gehabt, so Rheinland-Apard haben wir gehabt. Ich weiß nicht, ob ich es kennt, denn, weil mir war ein Rheinland-Apard-Läger, so Kombi, Wobu, drei Teile haben wir sitzen. Das heißt, man kann vor mir sitzen, man kann in der Mitte sitzen, und man kann ganz hinten sitzen. Und deswegen habe ich ein Rheinland-Apard, und deswegen haben wir dann selber auch gehabt, Leute. Und deswegen habe ich mich ein Rheinland-Apard-Läger. Ich habe mich ein bisschen an Rheinland-Apard und mein altes Auto, so, weil wir hatten auch so Dinge haben gehabt. Und deswegen haben wir uns ein bisschen zu Teil holen. Aber der Rheinland-Apard ist leider fertig geworden. Wir haben die ja verkaufen müssen, weil der Rheinland-Apard kaputtbar, Leute. Die Zeit hätten mir ein paar haben wir gehabt, Leute. Die hätten wir am Leben, Leute. Sagen wir manchmal so. Die hätten ja auch mich gar so ran bauen müssen, Leute. Und bei der BNB ehemals 30 ist halt so, du musst dich einfach betollen und ran mutieren. Und deswegen habe ich eure Video mal aufgenommen. Könnt ihr mal gerne mal anschauen, wenn wie ich sage, ich bin schön um im grün. Da hinten der EAL oder ehemal EAL. Ich glaube, ich habe mal ein Interview darüber gemacht. Ich kann euch mal zeigen, wenn die Kamera so läuft. Also früher habe ich bei Kamer 22 da hinten auf dem Parkplatz im Parkplatz EAL. Und da haben wir ein Video gesehen, Leute. Und super. Da hinten im Möbelhaus habe ich auch mal ein Video gesehen. da hinten war genau da hinten da bei meiner Firma ist. Da habe ich auch mal ein Video gesehen. Und hier habe ich auch mal ein Video gesehen. Und da hinten war eine Kanstelle. Und da habe ich auch mal ein Video darüber gemacht. gemacht. Und euch mal gezeigt habe, wie im Brühl so ist. Wenn ihr mal gelegen habt, könnt ihr mir mal gerne mal anschauen. Ihr müsst einfach eingeben, Biber Kanstelle. Und wenn ihr dieses Video anschauen könnt, Jahr, könnt ihr einfach eingeben, Biber dann lasst ihr mir super mal ein Brühl gefunden. Und wenn ihr dann mit der Brühlhaus schauen wollt, dann könnt ihr einfach eingeben, Biber das Größte Brühlhaus Deutschland. Ihr fahrt auch der Größte Brühlhaus in Deutschland, Leute. Ja? So. Wenn ihr dann genau mit der eigenen Größten Brühlhaus in Brühlhaus ist, Leute. So. Schließen wir das Thema mal abladen. Jetzt gehen wir mal zurück in der BMW. Weil ich will euch mehr zeigen. Weil die Video geht eben einfach so lange, weil ich hab auch seit Feierabend. Ich bin ja der BMW mega schön. Also wir wollen eigentlich die Eingaben, Leute. Wir haben nicht mehr Gäste einget, sondern wir haben auch Winterreifen, die wir gesehen haben, können wir gerne mal anschauen. Wir müssen einfach eingeben, Biber neue Winterreifen. Oder wir einfach eingeben, Biber neue Nachfluss für BMW E39. weiß ich. So. Dann haben wir mal das Logo geänkert. Früher war die Blau-Weiß. Jetzt die Software, Leute. Dann haben wir die Lamp geänkert. Einmal diese Zeige. Bloß muss auch diese Zeige. Ich finde, es sieht sehr sehr böse aus, Leute. aber ich finde es halt freundlich, weil das Geblinker und das Augeblinker ich finde, es sieht mega, mega cool aus, Leute. Allein wenn ihr Kiefer geht, es sieht ja mega cool aus, Leute. Also Leute, ich muss ehrlich sagen, ich bin wie immer, ich weiß, ich bin immer schömer. Allein wenn ihr, sobald ich hier so sauber ist, allein das finde ich schön. so. Okay Leute, ich will mal sagen, wir bedanken das Video, Leute, weil ich habe ein anderes Lamp zu tun. Leute, ich hoffe, euch habt ihr Video gefallen. Wenn ihr euch Video gefallen habt, dann schickt ein Däumen nach oben. Wenn ihr euch Video gefallen habt, wie ich sag, wie immer, bei dem Video schreibt immer in den Kanal Hockey.r und kommentiert in den Kanal und in den Kanal schreibt immer in den Kanal Hockey Gittertel und kommentiert wo ihr wieder etwas begeistert habt von mir. Ich würde mich gerne bei Max um, wenn ihr euch rufen habt. Haut rein und bis zum nächsten. Sehen wir mal oben.